Willkommen Leute zu einem neuen Video zu Zora. Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Zeit für ein Update. Und ja, zu Beginn zeige ich erstmal die Neuzugänge, die seit letztem Mittwoch im Verein sind. Unter anderem die beiden Rewards von letzten Freitag. Da wurde es ein Tier-One-Spieler in der Casual League und ein Star Common in der Academy. Und dann habe ich noch meine anderen vier Limited-Spieler verkauft. Und zwar, ich hatte ja Rayner, Fuchs, Hegart und Bueno, die habe ich alle verkauft mit ein bisschen Gewinn. Und ja, Glasnes habe ich behalten und dann eben zwei neue Limited-Karten gekauft. Jetzt aber erstmal von vorne. Und zwar, der Tier-One-Commenspieler wird Luca Netz. Großes Talent, also könnte auch für die zukünftigen Jahre echt, echt wichtig werden. Also mega nicer Spieler. Danach, der Star-Commenspieler war einfach Manuel Neuer. Ja, ich habe mich so gefreut, bin ja auch Bayern-Fan. Und Manuel Neuer zu ziehen, mega nice. Auch jetzt ein Torwart, der bei der WM spielt. Also auch dahingehend eine sehr, sehr geile Karte. Einer der wenigen Nationalspieler in meinem Verein. Und ja, dann die beiden Limited-Karts. Da einmal Jesus Morio vom LAFC. Den habe ich gekauft, um den auch einzusetzen in der Academy. Die LAFC sind in ihrer Conference das Top-Team. Und ja, spielen auch sehr oft zu Null. Der hatte ganz gute Bewertungen. War auch recht günstig. Für 8 Euro irgendwas gekauft. Den könnte ich jetzt für schon ein gutes Stück Gewinn verkaufen. Weil er zwei sehr gute Spiele schon hatte in der letzten Zeit. Und dann noch Quinn Sullivan. Ein sehr junger Spieler. Da habe ich den auch mal gekauft. Für knapp 11,50 Euro. Und ja, den konnte ich schon am Tag danach. Oder am selben Abend schon für einen Euro mehr verkaufen. Da war, also ich habe den schon relativ günstig bekommen an dem Tag. Und ja, der ist aber eher so eine Investition für die Zukunft. Vielleicht auch eher so für die nächsten Jahre erst. Spielt bei Philadelphia. Die sind ja auch in ihrer Conference das Top-Team. Und ja, der spielt hin und wieder mal. Aber ist halt wie gesagt erst, ich glaube der ist jetzt 18 mittlerweile. Und ja, der könnte vor allem die nächsten Saisons auch sehr, sehr wichtig werden. Ich habe nur Gutes von dem gelesen, muss ich sagen. So, dann blicken wir jetzt auf den letzten Wochenendspieltag zurück. Und ja, es wird auch wieder ein Star-Kommenspieler in der Academy. Und ein Tier-1-Spieler in der Casual League. Das sind mittlerweile so die, ja, Standard-Rewards, die ich mittlerweile bekomme. Also eigentlich ist immer ein Star-Spieler in der Academy. Und Casual League auch meistens halt die Top-50%. Also ein Tier-1-Kommenspieler. Und ja, also am Ende haben knapp 70, ja doch fast 80 Punkte haben gefehlt in der Academy. Also da hätte schon deutlich mehr kommen müssen von allen Spielern. Also vor allem von Glesnitz hätte ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet. Aber auch Schick gegen Augsburg sehr, sehr schlecht gewesen. Also ja, da hätte ich eigentlich von allen ein bisschen mehr erwartet. Aber naja, jetzt holen wir erstmal die Rewards uns ab. Wir fangen an mit dem Tier-1-Spieler. Das wird einer von den Colorado Rapids. 33 Jahre alt Torwart, okay. Ja, mittlerweile brauchen wir gar nicht mal mehr so dringend Torhüter. Wir bräuchten jetzt eigentlich mittlerweile mal Feldspieler, um Teams in dem Training voll zu bekommen. Und dann hier, das Wappen sieht man nicht. 32, auch wieder ein Torwart. Anthony Morris aus Belgien. Da gibt es ja auch, ja, seit gestern gibt es auch die belgischen Karten von der neuen Saison dabei. Und ja, zwei etwas ältere Spieler dieses Mal wieder. Zwei Torhüter. Ja, nimmt man mit. So, dann schauen wir auf die Teams für diesen Spieltag, der im Moment läuft für unter der Woche. Ja, also die haben relativ kurzfristig noch viele Europa League, Champions League und Conference League Spiele hinzugefügt. Ansonsten hätten wir, glaube ich, nicht mal ein volles Team gehabt. Aber, ja, deswegen Hedl und Grühl auch wieder dabei. Die spielen gegen Badus. Dann Santiago Simon, da bin ich unsicher. Der ist zwar der einzige Mittelfeldspieler, den ich hatte. Deswegen muss er spielen. Aber da bin ich mir unsicher, ob der von Beginn an spielt und ob der auch so gut spielen wird. Aber, ja, war halt die einzige wirkliche Option. Dann auch die beiden Limited-Karten wieder dabei. Ja, ja, Morio auch erstes Mal dabei für uns. Hat schon gespielt, hat 48 Punkte gemacht. Und, ja, die brauchen im Durchschnitt... Ah, okay, also 68 Punkte hat er so gemacht, aber mit den 40 Prozent kommt er auf 67. Und ich glaube, die müssen einen Durchschnitt von 75 Punkten haben, um dann, ja, um dann eben einen Limited-Spieler zu bekommen. Das ist jetzt definitiv noch möglich. Also Morio 8 Punkte drunter, aber das könnten die anderen dann hoffentlich schon abfangen. Und, ja, Casual League sieht das Team so aus. Hat Gutierrez gestern auch schon gespielt. Und, ja, da hoffe ich halt auch wieder auf einen Tier 1-Kommensspieler. So, und dann noch die Teams fürs Wochenende, für den nächsten Spieltag. Ja, so sieht das Team für die Liga aus oder für die Academy aus. Genau, das Academy-Team ist das hier. Neuer wird sein Debüt geben im Tor. Die spielen gegen Bochum. Also ich hoffe mal, dass er da zu Null spielt und auch gut Punkte macht. Dann Morio und Glesniss. Ich glaube, Glesniss spielt, glaube ich, gegen DC United, wenn ich mir jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und Morio spielt, glaube ich, gegen die San Jose Earthquakes. Die sind jetzt auch nicht so gut. Also die sollten auch beide eigentlich gut Punkte machen. Und dann, ja, Mittelfeld und Angriff war ich nicht so zufrieden mit der Auswahl, die ich hatte. Ich habe mich jetzt mal für Barrella entschieden von Inter. Die spielen gegen, ich glaube, Spezia, Calcio. Sollte jetzt auch was reißen. Und ich glaube, Lyon spielt gegen, weiß ich gerade gar nicht mehr, gegen wen die spielen. Aber da sollte Ikambi, Toko Ikambi hoffentlich auch zumindest mal ein Tor oder sowas schießen. Das wäre ganz cool. Die hatten jetzt am letzten Spieltag kein Spiel. Also sie sollten auch alle ausgeruht sein. Und sie sollte hoffentlich die erste Elf bei Lyon spielen. So, und dann noch das Casual-League-Team. Da habe ich jetzt mich mal für Simon Mignolet im Tor entschieden. Glesnest in der Verteidigung. Dahoud und Auer spielen. Und dann auch noch Patrick Schick. Die spielen gegen Hoffenheim. Aber der war wirklich so der noch beste Stürmer, den ich zur Auswahl hatte. Also die anderen Stürmer waren jetzt nicht viel besser. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass er gegen Hoffenheim viel abreißen wird. Aber, naja, mal schauen, was das wird. Er hat mich schon gegen Augsburg enttäuscht. Vielleicht wird das ja jetzt besser gegen Hoffenheim. Und ja, das sind die Teams, die ich dann fürs Wochenende reinschicke. Und ja, nächste Woche weiß ich nicht, ob ich Mittwoch wieder ein Update-Video machen kann. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür nächste Woche habe. Aber ich muss mal schauen, ob nächste Woche irgendwann im Laufe der Woche vielleicht ein Update-Video kommt. Bin ich mir noch nicht sicher. Und auch die Woche drauf könnte das noch schwer werden. Also, ja, die nächsten zwei Wochen, wie das mit SoRare-Content aussieht, bin ich mir noch nicht sicher. Aber ich versuche zumindest einmal die Woche ein Video zu machen. So, und dann zum Abschluss blicken wir noch auf die SoRare-Academy. Ja, da bin ich am letzten Spieltag mit einem Full-Bayern-Team reingegangen. Das haben am Ende, ja, doch etwas mehr als 100 Punkte, nee, nicht ganz 100 Punkte, 90 Punkte haben gefehlt. Ja, Gnabry vor allem sehr enttäuscht, ist er noch zur Halbzeit ja schon raus. Und ja, Davis hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Und auch, ja, Musiala dachte ich eigentlich schon, dass der auch wieder hoffentlich mindestens 90 Punkte machen kann. Aber, ja, leider, leider nicht. Und ja, dann nächste Woche, am nächsten Spieltag, sieht das Team folgendermaßen aus. Wieder Neuer im Tor. Auch wieder Kimmich und auch wieder Musiala im Team. Dann Skriniar, der Innenverteidigung. Ja, wie schon gesagt, die spielen ja gegen Spezia Calcio. Da sollten sie hoffentlich die Null halten. Habe ich zwischen ihm und Gnabry, ja, habe ich überlegt, wen ich nehmen soll. Habe ich jetzt mal für Skriniar entschieden. Und Salah, die spielen gegen Manchester United. Ich glaube, mehr muss man da auch nicht sagen. Ich habe mir überlegt, ob ich Nunez aufstellen sollte. Aber der hat dann Montagabend eine rote Karte kassiert. Ich habe das Team schon Montag in der Früh gebaut. Da hat der Montagabend eine rote Karte kassiert und spätestens da waren wir sicher. Gut, ich lasse da vielleicht doch lieber Salah spielen statt Nunez. Und ja, das war es dann auch schon hier von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.